Ok, oh jetzt ist mal wieder gecrasht, leider. Ne, die Charakter zurücksetzen. Ne, ich will auch nicht verlassen. So, weiter. Brumbombe? Tötet alle, tötet dich nicht. Ach, das soll doch nicht die Atomombe sein, ok. Mach mal auf Exit. Geh mal weg! Mach mal weg zu gehen. Bord, ich werde verfolgt. Ah, hallo? Das könnt ihr auf jeden Fall machen, das war ziemlich nice, Silent Seek, das sah jetzt ein echt Scores. Achso, ich drehe ihn eigentlich einfach so, ok, witzig. Können wir machen. So, wir müssen mal eben aufessen, dann geht's rein in den Heidenseek. Jetzt will mich niemand aufessen, ist klar. Hey, lass mich auf. Hey, lass mich auf. Hey, lass mich auf. Dankeschön. Ok. Ähm, 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 wo ist es denn? Bim, 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 b also dem zuschauen wo ist okay ich kann nicht dinge sind okay hoha 17 uhr ins schon was dann ist schon modus gehen glaube ich dann ist das ist ja übelst was ist das? ich hab kein vip. hab mit einem freund gespielt, aha ok. cool. leaderboard. noob ist platz 1. 336 oha. ach das ist ne menge. ja das ist auch ein spannendes spiel, muss ich zugeben. ist nämlich cool. nicht da oben raus. ja, kann ich. cool. 4.500 geld. oha, krass. wo war denn der stopp? ach da, kann man sich, glaub ich, bei mir nix drin, ne? achso, ne, das ist nicht. doch irgendwo was können, oder net? oh, ne. mute music, naja, ich denk schon. das haus. aaaaah. 1,5k, oh, hab ich mir silbersperrt holen, lol. oder der laden, ok. blue slice. bing bing bing. ok. warum bewegt sich niemand? ok, gut, da bewegt sich niemand, gut. weil ich hab mir Angst, wenn sich niemand bewegt. ich hab mir Angst, wenn sich niemand bewegt. ich hab mir Angst, wenn sich niemand bewegt. wo ist eigentlich das Unterschied zwischen Hard Nightmare und Easy? ja, wahrscheinlich ist das nur die Länge. City, Klinik, Beach, was will ich? Nehmen wir die City. Ja, okay, meistens für Beach, aber Beach ist auch cool. Und wer wird Sucher? Okay, Edmund Breden oder so. So, ne, spannend. Ich bin ein Ball. Und wir an den Sperrand. Verdammt, wir sind's. So. Hätte ich passiert? Also, halt. Okay, ich glaube nicht die Bewegung, da hinten ist jemand. Okay, nice. Ah! Ah! Laufig dem Geld. Oh, no. Oh, wait, what? Okay. Okay. Lol. Nice. Okay, läuft das jetzt ziemlich gut für mich. Oh, die Windows X4 Installationsmusik. Nice. Nein! Weg! Nein! Mach mich nicht lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich wegrennen. Nein! Oh Gott. Verdammt. Was witziges. Eine andere Person hatte mich schon mal angetestet, aber hat mich nicht getroffen. Oh, nur noch eine Person? Oha. Wo ist sie? Okay. Cool. Sie Steakers haben gewonnen. Ah, du bist ziemlich auch bei mir vorbeigelaufen, Nico. Deswegen hab ich auch nichts gesagt. ... ... ... ... ... Dann war es da not. Aber die kennenler. Ganz neu. Und nicht da, eben nicht da, weil das langeweiler ist. So, Watermelon, die Wassermelone also, okay. Okay. Es ist unmöglich zu finden, oha. Ja, ist gut. Wir sind wahrscheinlich im Schrank oder so, lol. Binnen etwas drinne, oha. Was. Nicht im Schrank, okay. Wo bewegt ihr euch denn? Was ist denn mit denen los? Kann man nur hin, wenn man sprintet? What? Gibt's not, wo man nur hinkommt, wenn man sprintet? Was? So, komm nicht da ran. Wieso bist du jetzt ein Sucher? Und hey, Treelows, willkommen und danke für den Follow. So, ja, ähm, Mensch, kannst du gerne machen, ne? Ja, genau, kannst du mir dann da eine Freundesanfrage schicken. Dann nehm ich's mal gleich kurz an und dann können wir hinken. Dann vielen, vielen Dank für den Follow. Mega, mega cool. Hey, Nico, was geht ab? Oh, niemanden. Ah, okay, alles klar. Na, der Runde nehme ich's dann gleich kurz an. Ich hab noch niemanden gefunden. So, naja, so meine Münze. So, was? Ah, du. Kann man irgendjemanden grad sein? Kann man ein Besen sein? Eigentlich. Ah, eine Person nur noch. Verdammt. Ich bin ja wahrscheinlich nicht. Verdammt. Nein. Okay, nehmen wir eben kurz die Freundesanfrage an. So, wann dat nochmal? Äh. War das hier? Warum ist das nicht so genannt? Das ist einfach nur... Wißt du das? Backjump? 24 November ist heute der 24 Jahre heute. Äh, meinst du jetzt in Roblox oder auch Fit? Und hey, Schu, willkommen! Äh, das würde ich leider enttäuschen, aber... Äh, gestern hatte ich ein Getränk voll, was du mal vorgeschlagen hattest, in Roblox. Das ist einfach nur... Äh, das Ding ist, ich hatte halt schon vorher mal einen anderen, äh, Roblox und Con, aber den habe ich leider verloren. Und, äh, deswegen habe ich mich einfach jetzt in Lose Spiele dargenannt. Ohne irgendeinen Grund, also... Das hat nicht wirklich einen Grund. Das Getränk ins... Na... Tomatensaft. Ja. Wäre relativ langweilig eigentlich, aber... Schauen wir mal, was wir gemacht. Mit Meersalz. Oh, nee, jetzt bin ich sucht auf. Der Fäck, ich hasse Tomaten. Oh. Okay. Komm, Nico, zu. Oh, er ist in... Er ist in Suche. Warum FC Bayern? Du hast Tomaten? Was? Tomaten sind übelst nice. Will nur Hose... Oh, ja. Schade, dass Roblox nicht... nicht funktioniert. FC Bayern, OMG. Oh, ja. Er ist aber auch okay. Im Handy? Oh. Ich schaue, ob er die nicht super weird ist. Oh, gut gemacht, Nico. Okay, Handy ist Cancer. Jetzt glaube ich. FC Bayern ist so krass in dem Game, das stimmt. Oh, wir haben übrigens auch letztens wieder auf Wish bisschen was bestellt. Ich frage nicht, warum. Aber es ist nur Schrott, den ich wieder bestellt habe. Äh, was? Okay. Bin gespannt. Wie, was aus Versehen ist. Ich habe nur was auf Wish bestellt. Das meine ich. Ich habe gerade außer den Nachrichten geprint. Ach so, habe ich gesehen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wieso? Ich würde sagen, es ist ja gleich schon 21.45. Aber ich habe ja erst mal 21.15 angefangen. Da war ja was. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nachschauen. Ich kriege sogar immer ab und zu mal, äh, weil du bist in den Affiliate sehr nah, wenn ich auf Kuwaiter Dashboard gehe. Aber jetzt habe ich es leider natürlich nicht. Und noch 50, braucht nur 50 Follower. Und das Ding ist, mindestens durchschnittlich 3 Zuschauer. Da kannst du auch nachschauen. Aber den Rest habe ich. Mit dem Stream und so. 50 Follower und durchschnittlich 3 Zuschauer. Das brauche ich für Affiliate. So, wird gewonnen. Ich habe ja nicht drauf gepasst, wer gewonnen hat. Das Ding ist, was mich dann an Affiliate nähert. Naja, wenn ich es nicht annehmen sollte. Werbung. Ich will eigentlich nicht, dass vor meinen Streams Werbung läuft. Aber das wird dann laufen. Werbung. Das ist halt die doofe Sache. Emotes. Geil. Kanalpunkte. Geil. Können wir uns auf der theoretischen Werbung schalten? Krass. Man kann Werbung ausschalten? Echt? Das geht? Ah. Ah. Dann ist es super, wenn das geht. Komm, nur Werbung, wenn man Stream startet. Das ist nett, aber auch. Es wird gar keine Werbung. Bim, 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 bim. Theoretisch Waden, was? Ach, Editorrolle. Okay. Hm. Was will ich denn sein? Pils. Ne, Pilz. Pilz ist krass. Pilz ist okay. Genau hierhin. Bumm. Klipst oder Streams hochladen. Echt? Das geht? Krass. Das kannst du? Was? Gut zu wissen. Ja, stimmt. Das kannst du ja so oder so. Nein. Ich will nicht der Erste sein. Weg. 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 Wir hoffen, ich soll verfolgen. Oh mein Gott. Kannst du bitte weggehen? Oh Gott. Da geht es nicht weiter. Geht nur mit der Fähigkeit, was du machst, dann guck mal, dass man das Mod machen kann. Oh, okay. Okay. Nein. Engine Impact Stream. Bestimmt irgendwann mal. Oh Gott. Wie die nur auf mich fixiert ist. Fähig Fallschaden? Nee. Okay. Gut. Alter. Wie bin ich denn da bitte entkommen? Krass. Aber ein Hit und ich bin tot. Das ist problematisch. Boah. Niko hat also zwei Tage. Wie viel hattest du? Drei Tage? Ich habe nur zehn Tage. Ja, okay. Ist aber auch bei euch. Ich glaube, ich habe mal meine Watchans zurückgesetzt. Ich bin auch unsicher. Aber dazu haben wir jetzt auch was von zehn Stunden. Naja, zehn Stunden, zehn Tagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht wäre es doch gut, dass ich losgerannt bin. Nein. Nicht nochmal. Das ist auch irgendwie immer gefühlt. Ich weiß auch nicht warum. Oh, Referat. Über welches Thema. Hallo, wo kriege ich keinen Bonus? Ich bin einmal voll, am Anfang voll krass geflüchtet. Oha. Krass. 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 Ja, hier soll ich ihn nicht aufspringen. Und dann bereit mal den Referat schön vor noch. Falls es noch nicht gemacht hat. Wahrscheinlich ist es schon. Ja, mache ich glaube ich auch. Bevor jetzt irgendwas weirdes passiert. So. Welche Map kam jetzt dran? Da habe ich nicht drauf geachtet. Mhm. 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 Okay, das strammt wieder. Kann ich Kartons werden? Ja, kann ich. Oh mein Gott, das kann man voll schnell. Was? Hier kommt ein Paketchen. Bumm. Zwei Wochen noch ein Referat. Oha. Krass. 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 Oh, okay. 10 Minuten, oha. Oh ja, das gab es Taktikum letztens? Ah, sie hatte keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich über jedes Bundesland anders. Nein. Verdammt. Äh. Okay. Oh, ich weiß noch. Ja. Aber ist okay. Meine Praktikums. Oh. Ach ja. Ähm. Ich hatte ein Praktikum. Äh, das war aber voll nice. Das Praktikum. Ich habe nämlich ein Praktikum in so einer Apotheke gemacht. Also Witzige, das war voll... Hä, hab ich ja nicht mehr jemanden getroffen? Witzige ist, weil ich da halt nichts machen konnte, war ich dann halt nur auf 4 Stunden. Deswegen war das nice. Ich war dann einfach nur 4 Stunden da. Ich hatte gefühlt keine Aufgaben. Also was ich machen konnte, waren, äh, Medikamente einsortieren. Und das war's. Ähm. Ähm. 7-16, oha. Wollte ich noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwas war da noch, aber ich weiß nicht mehr was. Hm, alles gut. Ja, das war aber übelst nice. Das Ding ist, ich durfte halt natürlich... Was, das gehört da hin? Wirklich? Halt auch keine Kunden beraten, weil ich hab halt... Ich hab halt keine Kenntnis über irgendwelche Medikamente oder so. Ja, das stimmt. Aber es war voll nice. Ja, das zweite Praktikum war wieder in der Apotheke. Ein Riesenrad, was? Oh, jetzt ist es zu spät, das war noch ein Riesenrad. Ja. Warte, wo hatte ich das dritte? Ich hatte... Carousel könnte ich auch nicht... Oh, schade. Achtte Klasse hatte ich, ähm... Apotheke neunte. Ah, wo hatte ich denn der zeh... Ach nee, warte mal. Hatte ich... Gab's in der zehnten Praktikum? Das ist mir überfordert. Weil da war das Corona-Jahr. Ich glaub, es gab da kein Praktikum wegen Corona. Ach nein. Fünf Praktikums, oha. Wolltest du uns in der zehnten Praktikums... Also nur, wenn ich, äh... Fragen darf. Muss ich natürlich nicht antworten, wenn du nicht willst. Boah, Corona hat meinen Abschluss so gerettet. So sehr, so sehr, so sehr es, äh... sagen muss, aber es hat wirklich meinen Abschluss gerettet. Boah, schon wieder ne Ecke. Bei dem ist jetzt der Elektriker für Energie und... Oh, krass. Krass, 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 krass. Mhm. Ich hab mit, äh, Handwerk technisch war generell nicht wirklich was, äh, anfangen. Mhm, mhm, mhm. Ich wollte auch schon mit zu singen. Ach, stimmt! Das gab mal Zukunftstag. Stimmt, 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 stimmt. Wir hatten zukunftstätige Tage. Hatten wir in der fünften, sechsten, siebten... Ich konnte zwar in den acht Stunden nicht viel machen, aber stecken wir... Oh, Stoßen, Zellen, cool. Das klingt spannend. Würde mich nicht trauen. Nein! Weg! Verdammt! Wollte ich sagen, am Zukunftstag, genau. Am fünften war ich dann halt bei Opel. Kommt halt aus, ja. Okay, stimmt. Würde auch wenig Sinn ergeben, wenn es drum an ist. Äh, trotzdem würde ich mich das nicht trauen. Oha. Kriegereihenfolge? Uh. Echt? Oh. Ich weiß nicht, mal in welchem Raum ich bin. Bar. Lol. Hm. Ich laufe mich so schnell, das ist das Problem. Ja, ich weiss nicht mehr, wo ich eben gerade war. Ist das der? War ich hier? Ja, ich glaub schon. Hm. 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 Und wenn ich rum an wäre, dann... Oh, okay. Gut zu wissen. In der 6. war ich in irgendeinem komischen Ding. Oha! Was bist du denn? Ist das ein Kissen? Das ist ein Melimer. Oh nein. Ist er auch gesaved? Ja, das ist gut. Okay, das klingt jetzt weird. Das klingt jetzt weird zu sagen. Verdammt. Was machst du denn? Was machst du denn? Wann so cool er war? Haben wir so Farbkurschen gemacht? Oha. Krass. Ah, schade. Schade, schade, schade. Einer von meinem alten Platz hat ihn... Nice. Äh, ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Ja, die Jahre. Oha. Krass. Und dann komme ich und fahre gefühlt jeden Tag mit dem Fahrrad. Außer meinen freien Tag. Aber irgendwann mache ich einen Führerschein. Irgendwann. Fahr halt mit Fahrrad immer zur Arbeit. Oder... Ja doch. Ich habe halt letztens eine Ausbildung angefangen. Aber das Ding ist, ich muss halt Donnerstag immer zur Schule. Und da fahre ich dann immer zu einer... Du wirst das kill? Ich hoffe nicht. Äh, muss ich halt immer zur Schule. Und dann fahre ich immer zur Haltestelle. Fahr dann immer zum Hauptbahnhof. Ja. Und fahre dann mit dem Zug dahin. Mhm. Mhm. Bus halt chillig. Ja, das stimmt. Fahr ich mit Bus. Wenn mal ein paar Stunden ausfallen kann, kann ich auch so... Jetzt soll ich Minuten laufen? Was? Okay. Ja, okay. Aber laufen ist cool. Muss ich zugeben. Mhm. 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 Die Wörter ist aus. Du… Du 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 Du. Ja, das stimmt. Mhm. Und. Das ist so. Das ist nice. Und. Ich muss nie raus. Ja, ja. Ja. das ding bin ich komisch wahrscheinlich schon in den bus busfahrt sei schon in den bahnfahrten wo er hat mich schon irgendwann mal in den bahnfahrten im bahnfahrten ich bin wahrscheinlich komisch denn ich belausche ab und zu mal was die leute sagen aber es ist spannend muss ich zugeben dann auch mal platz mit spielen können wir machen können wir machen in zeitweise spannend was die leute sagen ich hoffe ich bin nicht der einzige ok tb hat mir beschädigt ich bin nicht der einzige weil er macht das auch Oha! Hä? Hä? There's a mic! Okay. Oh, ich hätte mich hier wieder verstecken sollen in der Ecke! Tim! Da hat mich nie jemand gefunden! Warum hab ich das nicht gemacht? Einfach wieder der Hydrant in der Ecke! So! Ist so viel besser gewesen! Okay! Dann gehen wir rüber! So! Blocks Roots! Welches Game war denn das nochmal? Warte mal nachschauen! Welches waren das nochmal? Äh... Ach, das war das! Okay! Din 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 din! Äh... Wie hab ich denn... Ist doch irgendwie... Din 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 din... Uh! Rück links auf den Kompass! Ach so, Spine! Ist denn jetzt Set? Ach ja! Was? Fehler? Was ist ein Fehler? Nichter... Mh... Unruh... Du 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 din 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 din... Uh! Cool! Nee, Set funktioniert übrigens nicht. Dün du 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 du. Du 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 din 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 din... Z funktioniert immer noch nicht. Lol. In so irgendwelchen Gründen funktioniert Z-Mane. Weil Z-Mane nicht. Ist halt ganz weird. ich habe keine ahnung warum jetzt mal schauen hast welche nachricht aber auch hier funktioniert es ich bin sehr verwirrt warum fokussiert das im spiel nicht in 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 Könnt ihr in BF felten? Was ist denn BF? So, mal schauen, Blocks tut das so, ok, ja gibt's Sinn, naja, WEIRD, aber Kuchen funktioniert, einfach in Jungle, das ist so weird, das nicht funktioniert, oha, äh, kann man halt den Weg, ok, gut, äh, oh Gott, es gibt nen Shop, cool, Select, Loop, nächster unbedingt, mein Wort hier, ich glaube 1.2.4 oder so, oha, Kuchen, komm ich denn da rüber, Hohlboot, oha, dün, 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 Oh Gott, wo kommt das denn jetzt, dün, 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 Können wir machen? So, ich möchte nur was, es tut mir so leid, die Monkeys sind keine Probleme, ok, dün, 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 dün Bitte wähle eine Quest auf Affen, Gorillas, Nimm Monkey. Unbedingt, ich nehm unbedingt. Alter, Gorilla-König. Wenn man Roblox öffnet, ach so bei Ro meinst du. Ja. Magie. Okay. Die ist. Okay. Und dies. Oder so. Jo. Was? Ah, Level Up. Nice. Reich dafür Geld? Cool. Machen wir gleich. Warte. PPP. Sticken. Na. Komm. Oh, lol. Oh. 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 Was ist denn das jetzt? Ach da steht ja 4 von Sephy, okay. Heya. 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 Oh. Oh. Ja, es ist mir halt echt leid. Oh Gott. Schade, schade, schade. Hm. 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 Schade, schade, schade. Hm. 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 Was? Warte. Na wo kannst du bei so einem Netz schwimmen? Echt? Krass. Hm. 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 Flot, rote, waffe, schwert, verteidigung, nahe Kampf. Wo wollen die das investieren? Ich hoffe es ist ziemlich useless, okay, also Waffe schmall nicht. Er sagt schmalklar, keine Waffe. Berteidigung, ich finde das ist ziemlich gleichmäßig, okay, gut. Okay, gut, dann gehen wir rein in Oberloser-Spiel. Äh, hier. Gut eh. Bembeam. Rutschen sie nachmeilen. Rutschen, 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 rutschen. Okay, ich hör schon auf. This way. Okay. Mal gespannt. Hier rein. Oh Gott. Yo. Oh mein Gott. Okay. Yo, what? Was stand da? Hey, da. Wow. Okay. So weird. Ach, man kann ja Boxen spawnen lassen. Nein. Kann ich hier auch? Ne, ich kann mich nicht bewegen. Okay, schade. Schade, schade, schade. Oh, okay. Ich kann mal rausspringen. So ein Scam, ne? So ein Scam. Typisches Radio, nicht exakt der Replik. Rappen grad. War sogar Roblox zu Mainmen, aber dann kam... Oh, ja. Sehr doof. Das sind hier 80 Quadrillionen Boxen. Neh, mal weg die Boxen. Was geht denn da ab? Warum so viele Boxen? Das ist schade. Warum ist es trotzdem gequashed? Ganz so weird. Bin, bin, bin. Bin, 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 bin. Ich hinterfrage das einfach mal nicht, was wir hier grad machen. Als Scam. Ach so. Bin, 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 bin. Bin, 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 bin. Bin, 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 bin. Bin, 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 bin. Okay, sind wieder 80 Quadrillionen Kisten. Klar. Ja, das kann sein. Oh, gar nicht wirklich was steuern. Oh mein Gott. Oh, wo bin ich denn? What? Kamu da gefallen? Nee. Hard Ride, I won't know. Können wir auch gleich machen. Oh mein Gott, wie weit geht denn das? Wie weit? Hat das überhaupt ein Ende? Ja, hat es. Okay. Forschen. Ding, ding, ding. Ding, das Ende? Oh mein Gott. Lol. Wie? Winners. Cool. Twitter, return to start. Yo. Kann ich ihn runden? Oh mein Gott. Ich will dich sein. Nein. Radio. Im Radio. Im Radio. Das Radio. Nicht als Zeitreplik. Grab me. Jetzt bin ich über den. Noch nicht der. Schade. Hello. Cool. Glaube ich. Oh, ich bin jetzt sogar auf der. So. Lol. Was? Krass. Krass. Krass, krass, krass. Ding, 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 ding. Interesting. Oh, lol. Kann man auf mich halten? Glaub nicht. Was ist das für eine Frage? Ding, 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 ding. Alle in einem Boot, oha. Okay. Nein. Oh Gott. Dann drehen wir so leicht. Was? Was? Wie ist denn jetzt? Trin? So halb. Was? Oh mein Gott, okay, lol, joo, das hat gut geklappt. Okay, sieben oder oha, was, kann ich nicht einfach abspringen, komm wieder, okay. Jo, what, Box, ne, nicht so leid, oder, hier auch nicht, ah, hier habe ich auch in so einer braunen Box, okay, also ne, what, was ist da eben passiert, was, was, lol, wie, Oh nein, am Tristel, Stuck, schade. Epic Save, auf jeden Fall. Irgendwie bin ich wieder am Ende, lol, also gleich, noch nicht, okay, vielleicht doch nicht. Ja, oh, ich bin der Hund nicht mehr, ach, ich kann aber wieder, oh, ich bin trotzdem, ich bin am Ende respawned. Spawned. Ha, he he, oh, ich kann mir was aussuchen. Kann ich die Box nehmen? Warte da, okay. Okay. Nee. Nee. Verdammt. Jo, ich kann... Was? Okay, wir warten. What? Ich bin mit dem Ding geladen, verdammt. Was? Schade. Reset. Was? Kann ich mich zurücksetzen? Bin ich dann... Ich bin noch ein bisschen abgeprallt. Oh, nein. Schade. Bim, 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 bim. Warum habe ich jetzt, äh, ist mein Kopf doch da? Mit einer Box auf einer anderen... What? Okay. Interesting. Okay. Weird. Irgendwie gibt es Song Request dran, habe ich gar nicht erwähnt. Aber es steht, glaube ich, auch in der Beschreibung. Steht nicht da? Oh, who? Song Request, ja, in der Live-Benachrichtigung steht jetzt, lol. Ah, stimmt. Ich habe den Text mal entfernt. Ups. Äh, ja, Live-Benachrichtig ist Song Request, ja. Sender? Okay. Okay. Weil hier in OBS-Subbies nicht stehen. Ich habe auch Song Request, Doppelpunkt, ja, das war's. Mehr muss er nicht hin. Also, das spiel mir sonst, äh, keine Ahnung. Ich fällde auch nicht rein. Oh, hey, ich bin irgendwie irgendwie wieder da gelandet, cool. Ich freu mich mal in der Textquelle. Moment. Ja, das ist gut. Ah, wieder schade. Schade, schade, schade. Na, Cards 1- Oh, Cards 1- Cards 1- Okay, Killer machen. So, da sind wir wieder. Äh... In den... Das ist halt die Sache. Davor hatte ich das nie. Oh, auf dem Motorrad? Krass, okay. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hab halt schon meine Einstellung runtergestraubt. Ich kann nochmal runter schauen, aber... Ich weiß nicht, ob das... Äh, wo ist denn das jetzt? Ja, was da war? Ja, was da war? Hm... So... Okay... Cards ride around nothing. D... 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 Ups... D... 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 Karen... Fährt um nix? Okay... Interesting... D... 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 Sind die denn so hobbylosenspie- Achso... D... 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 ok gespannt ok wo bist du hier ist ach du bist noch nicht drauf ok ok lass aufs show warten oh video nicht verfügbar da ist er oh es geht ab oh gut generator wechsel gerade handy legs ah oh god hier gut russland was ich drücken sollen wir losfahren dun 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 probort probort neil hm 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 van alam Wow, okay. Los. Was? Genata, auch die Sinn um sich zu bewegen, Hacklefra- achso, ok. Dinn, 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 dinn. Sehr wichtig, Wand bitte schließt nicht, ich bitte dich, dass du nicht glaubst, wie wichtig es ist. Was? Oh Gott, was geht denn da hinten ab? Bim, bim, bim. Nächste, ich bin. Bim, 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 bim. Oh Gott, das wäre so zu heiliger Bim, bim. Komm bis dahin. Oh wow. Fünf Fgr sei, je, je, je. Oh Gott, vielleicht. So ein einzeln Ding. Oh Gott. Äh, das ist unvorteilhaft. Oh Gott, nicht runterfallen. Äh, wo? Äh, Video? Hallo? Warum kann ich nicht starten? Zur Hölle. Alter. Nicht starten. Danke. Du 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 du. Geht doch. Noah. Was? Nice. Voll gut. Aber warum kommt ihr euch das bekannt vor? Yeah. That is musik. What? You baited something nice. I will never come to war. Mmmh. Wagen. Wow. Oh, das ist ein Rennwagen, okay. Oh, genug Gutsch haben, was? Wow, cool. Oh, was war das denn eben? Was? Oh, ich gehe in der Luft. Oh Gott, warum wackeln wir so? Oh, das habe ich nicht angemacht. Auf jeden Fall. Oh, schade. Oh, ich gehe in der Luft. Okay, was nun? Ach nee, wirklich. 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 Oh Gott, ich habe Spawn gedrückt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ganz normal, ganz normal. Äh, achso. Und auch runterfallen? Ich fahre eigentlich schon. Ja, gibt's Sinn. Fauen wir rückwärts. Wo bin ich? Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Wo war ich? Lol. Ach, da seid ihr. Oh, lol. Ups. Ups. Okay. Nochmal was boostet wirklich. Noch ist normal. Solange nicht nochmal die Version kommt, die ich reinge-, einmal angemacht habe, dann ist alles gut. Ich freu ich in die Feier, was ich reingemacht habe, aber das ist ein anderes Thema. Wow. Wow. Wie lang geht denn das nochmal? Drei Minuten! Er ist doch der Profi, was? Und das denn? Ja, stimmt. Können wir ihn machen. Ja, jetzt wird es aber nur noch nervig, da war was. Da war was. So. Äh, was? Was ist passiert? Kongstein! Nein! Oh Gott! Oh! Was? Oh Gott! Nein! Das ist nicht gut gelaufen! Sorry, das war wahrscheinlich ich. Ja, das stimmt. Das ist schon funny. Die haben sich schon pittelt vor 23? Was? Das ist irgendwie weird. Lol. Warum ist das denn explodiert? Krass. Ich weiß es nicht. Yo. Nice. Was? Was? Ja, ich weiß nichts. Das ist egal. Was? viele memes sind denn da? 200 oha 200 oha what? was passiert? warum kaputt? ich glaube ich werde es noch leiser machen wegen den dings was bootes was boostet da äh what? ok alles klar ich mache aber auch nicht mal lange ich sehe aber auch nicht mal lange schauen Sie das wundervolle Lied noch zu Ende an dann war es das für heute einfach ausrufezeichen SR und dahinter der YouTube Link ganz einfach dann muss ich das noch annehmen und dann kommt das muss das eigentlich als nächstes dran kommen ok das kam mir überraschend au cool 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, and stuff Okay Alles Gute ist jetzt trotzdem dran Könnte vielleicht witzig werden, keine Ahnung Bim, 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 bim Wann kann ich nicht? Wird jeder da? In der Haufe schon Muss ich eigentlich lenken? Ich glaube nicht Oh mein Gott John Cena Das ist der Haufe halt Mit dem John Cena Meme da Alte Barbie Girl Am Blue Oh mein Gott So viele Er kennt so viele Memes wieder Das ist voll gut Weg Okay Alles klar Nein Nein War noch so weit War noch fast ganz oben Schade Oh mein Gott Oh Gott Last try Okay Achso ich hab Ju jetzt gar nicht veraufschiedet Oh no Aber Joao Ju Trotzdem Ich denke dass du da warst Mehr und mehr cool Ja Guten Abend Oder Gute Nacht Besser gesagt Und Ciao Ciao Was? Ich kann den Rennwagen nicht nutzen Kann ich einen Generator dann Wenigsten Dingsen Ohhh Bin 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 enfuh Entschuldigung Ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Nein, unser Wagen brennt. Oh, weiter. Warte auf meinen Countdown. Nein. Weiter geht's. Oha. Oh, wie weit? Hä? Okay. Klar, Geschwindigkeitsbegrenzungs-Szenen. Ich sehe doch nicht wie schnell, lol. Warte es. Diese Wagen ist noch wichtiger als eine oder andere wichtige Wagen. Wenn du drauf hieß, werd ich gefreut. Okay. Was? Ich sehe doch nicht. kommen das ist eigentlich ein ende wohl wahrscheinlich schon okay gut oh god yo Alter. Komm gut. Ja, mach mal die alle runter. Okay. Freut's nicht, wenn Licht, was? Licht aktiv ist. Alter. Wieder Autos. Fallen alle runter. Kreuz nicht, wenn Licht aktiv ist. Ach so, das steht da. Drei Jahre später, ja. Oh ne, nicht Baby Shark. Okay, das ist jetzt schon was anderes. Wie lange denn noch? Finally, dankeschön. Oh, ich hab' einen Polizeiwagen oder so. Äh, ach so. Das ist interessant. Auf der Ort. Warten, okay. Gut. Dann warten wir. Ja, ich hab' einen Tag. Was? Und ist es ein Nacht? Ich hab' einen Tag. Ja. Ich hab' einen Tag. Ich hab' einen Tag. Ich hab' einen Tag. Ich hab' einen Tag. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Three last. Okay. Was? Du bist in einer Sicherheitszone. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wohl. Dann bin ich schon da raus. Das ist so trippy. Second, first, first. Oh Gott. Wo bin ich jetzt gelandet? Fernseher. Achso. Next Map. Hotel. Keine Ahnung. Ich kenne die Maps nicht. Auto. So. Es geht gleich los. Sechs, fünf, drei. Oh, das ist wirklich das Hotel. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Egal. Fast schon. Little Big Loopy. Ich glaube, die Musik höre ich nicht. Wir haben sogar Nintendo DSi Music Kamera. Fünf, vier, drei, zwei. Okay. So. So. Erst, warum bin ich erster? Okay, jetzt bin ich nicht mehr erster. Fünf, fünf, fünf. Oh, ich kann... Christian, willst du wissen? Oh Gott. Oh, ich muss ja auch nur überleben. Kann das sein? Nein. Ah ja, es geht dann. Oh, verdammt. Kann ich... Äh... Spectaten. So, ich kann respawn, okay. Gut. Gut zu wissen. Einmal raus, wenn ich direkt raus war. Schreiben wir doch nicht. Was? Ja, hol das Ginnen. Oh Gott. Ich kann auch... Nein, okay. Okay. What? Musst du noch einmal... Burger! Das ist... Oh, lol. Kann man hier lang? Ja, kann man. Oder? Achso, das ist auch... Oh, wow. Auf der Weg, wo man hin muss. Ich streame... Ich streame... Also... Also 21,15. Ja, wenn... 20 vor einer halben Stunde gesagt... Was hab ich denn hier? Wenn... Wenn dieser Song vorbei ist, dann... Dann war es das mit dem Stream. Wenn die Runde vorbei ist, dann sagen wir so rum. Wir werden morgen auch Roblox machen, also... Können wir machen. Wir werden aber nicht direkt mit Roblox starten, sondern wir machen erst... Die Speedruns 7 und dann Lego City an der Cover und dann gehen wir in Roblox rein. Also... Fünf, ey! Wir leben! Ja, aber wir können auf jeden Fall... Können wir auf jeden Fall testen morgen. Können wir auf jeden Fall spielen. Wir sind wahrscheinlich letzter. Okay. Cool. Ja, alles gut. Dann wollte ich was sagen. Es ist schon spät. Das war ein schöner Stream. Vielen, vielen Dank an jeden, der da war. Und auch nochmal vielen, vielen Dank für deinen Follow. Mega, mega cool. Morgen machen wir da einen Weg gesagt, wie Speech Ones, Lego City an der Cover, Roblox und dann noch random stuff. Auf jeden Fall ein schöner Stream. Vielen, vielen Dank an jeden nochmal. Bis dann und tschüss. Tschö, tschö. Bis dann und wieder. Kumpel mit, type, ja. Schuss. Komma. Bis dann bis dann, bitte. Nein, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei.